Was wünschst du dir denn aufs Mozart-Areal? Ein Einkaufszentrum. Was sagst du zum Thema Mozart-Areal? Also mir gefällt sehr gut, was da jetzt drin ist, dieses unabhängige Kino. Und ich fände es cool, wenn es da drin bleiben würde und vielleicht noch so mehrere Kunststätten, Kultur reinkommen. Parkplätze. Ein Einkaufszentrum wäre eigentlich schon gut, da halt eben alle Geschäfte dann zusammengefasst sind und man eben auch nicht durch die ganze Stadt laufen muss, wenn man jetzt bei bestimmten Läden eben was möchte. Ich weiß schon mal, was ich da nicht hinhaben wollen würde. Noch so ein großes Kaufhaus oder sowas, also finde ich doof. Ja, auf jeden Fall was Sinnvolles, wenn eine soziale Einrichtung, etwas in die Richtung. Ein bisschen mehr Abwechslung wäre mal nicht schlecht. Ja, die meiste Läden gibt es ja schon seit, glaube ich, Jahrzehnten bestimmt schon hier. Ja, Wohnräuber sind immer gut. Vor allem, wenn sie nicht so teuer sind. Genau das brauchen die Leute eigentlich. Und sonst, also irgendwas, ein bisschen was zur Kultur beiträgt, sehr nett. Vielleicht nochmal was für die Jugend. Also momentan ist ja, wie gesagt, ein Kino drin. Ist eigentlich ganz schön so, aber vielleicht kann man noch mehr aufmachen. arrivé da. Froh zum GPS? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.